Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 13.2. Beim letzten Mal sind wir, ähm, sind es ja nicht auch die Brescherruinen? Ne, das Yashra, Yashra Massiv, äh, hier sind wir angekommen und wir haben einen guten Bekannten wiedergefunden, der uns ein wenig Hoffnung gegeben hat und an der Stelle fahren wir fort. Es war ein enormes Wettbewerb. Meine Schöne und die anderen. Ich denke, sie wollten das Leben behalten. Sie haben uns eine Chance, um wieder zu leben. Wie lange hat es das? 5 Jahre? Sie zwei nicht wirklich verändert. Ich hoffe nicht. Und hier sind wir, wieder in Ruins. Ruins sind Pläne, wo Erinnerungen wie Schmerzen sammeln. So viele Läder Zeit. Wahrscheinlich das einfachste Ort, um ein Paradox zu erzeugen. Sie haben das Zukunft in unsere Hand. Wir sind in einer Position, um eine Gesellschaft zu bauen, die auf menschlichen Technologien zu bauen. Sie sind nicht mehr auf den Wimten des Falsies. Das ist das Gift, das wir haben gegeben. Ich hoffe, es war erwachsen geworden. Das ist so ungewohnt. Gäste von dir, Direktor? Was ist dein Schritt da? Danke. Ist das die Akademie ein Institut des Forschens? Warum brauchen wir so viele Soldaten? Without die Falsie herum, wir müssen uns zu retten, um uns zu retten. Und das bedeutet, die Falsien. Die Zeitdistortionen spänen furchtlichen Kreaturen. Bis wir können den Paradox zu erzeugen, brauchen wir die Militärin, um die Gefängnis zu retten. Diese Arme-Patrollen sind essentiell für unsere Sicherheit. Krasse Ruin. Oh lol, Hoop rennt. War ich hier in 13 nicht schon mal? Ja, Jascha ist massiv. Hier habe ich doch gegen ziemlich krasse Monster gekämpft, oder? Mit den Seaths-Missionen. Ich glaube, das hier war so ein etwas versteckterer Bereich. Aber hier war irgendwie so ein krasser Endgegner. Ich wundere mich, wie Saz und Lille Dodge sind. Wir sind aus der Tatsache. Saz hat Dodge gezogen, um auf Grand Pulse zu leben. Und er war fliegende Airships, das letzte ich hörte. Dann, plötzlich, sie beide verabschieden. Ich... Ich schaute überall, aber ich nie sie gefunden. Look at uns. Wir gehen in unsere separate ways. Ja. Und ich kann euch nicht sagen, wie viel es bedeutet, dich hier zu sein. Saz und Snow haben vielleicht auf unterschiedlichen Weg gebracht. Aber ich habe angefangen, dass, im Endeffekt, wir sind alle auf den gleichen Ziel. Du weißt, ich wünsche dir, dass du gesagt hast, wo und wann du von der letzte Mal kamst du. Also, das mit Saz hat sich halt schon sehr danach an, als wäre auch er irgendwo in einem Paradoxon gefallen. Wie Lightning. Dämonen-Siegel. Hört's ja auch an, wie Ausrüstung. Achso. Uh, ich kann ihn mehrmals ansprechen. Do you still think my sister is trapped inside that crystal pillar? I always had doubts. And it wasn't just me. Saz had them as well. Really? Saz too? Yes. He couldn't believe that Lightning would just up and leave Sarah like that. After all, she was the one who said we shouldn't face things alone. That we should stick together. I wonder how the others are... So, Hope. Have you heard anything from Snow? Nothing, I'm sorry to say. Not a single word. Not since he left on his mission. No son of him for 10 whole years? Sounds like we're not the only ones traveling through time. You might be right. Considering Snow's uncanny ability to find trouble, he's almost certainly aware of these temporal aberrations. It's been 10 years already. Zum Glück habe ich das nicht als erstes gewählt. This is some kind of ancient city, right? The city of Padra, or so we believe. It was the center of a great kingdom built by a nation known as the Farseers. The Farseers? You're telling me there used to be enough of them to build this entire town? Hmm. According to our research, we believe they're going to be able to build this entire town. Can you see me now? Standing here in this place? So this nation, Padra, their leader was a Cirrus, right? Yes. The Cirrus would read the fates, and see the future and guide her country. You are. This place is off the limit. Here. You've traveled through time. I suppose it's not surprising you know about these things. The power to rule was passed down from one Cirrus to the next. She was always called Yule. If they could read time, why did they die out? Surely they could see the danger coming and do something to avoid it. No, they were destroyed because they could see the future. Why? Why? The Cirrus Yule foresaw the future destruction of this city. Some citizens wanted to try to avert the disaster. Others felt that they should simply abandon their homes and run. A few fell into despair and took their own lives. The divided populace clashed. The nation was torn apart by civil war. Being able to see the future is awfully dangerous. It can mess with people's heads. And the survivors fled into the wild lands, avoiding contact with others. Huh. So you know the story. Oh! Come on, Director Hope! I want to show them! It's okay to show them, isn't it? This way. Here. This is what lies at the heart of our paradox. The Oracle Drive. We've been giving it careful study. But... How did you... Wait. You know of these devices? Oh, uh... Well, yeah. I've, uh... I've heard of them. In... Books and stuff. The Oracle Drive appears to be some kind of recording apparatus. From ancient times. We've excavated a number of the devices. However, the recordings depict... Things that cannot be possible. Perhaps you should see for yourselves. This is how it works. Wait! Okay. This is how it works. We've checked. Okay. Yeah. We... Das Gerät wurde aus einem alten Teil des Ruins geöffnet. Wir benutzen Methoden Carbon-Dating-Methoden, um die Zeit zu entscheiden. Der Gerät und die Rekordung, die in den Jahren in den Jahren sind, sind viele Jahre alt. Aber es zeigt eine Lichtung. Niemand in der Vergangenheit hat diese Vision des Zukunft. Vielleicht war es die Sirrus Yule selbst. Was wir über, wie es das ist, ist, dass wir die Qualität der Bildung haben. Was ist das? Was ist das meine Freundin? Ja, ich glaube so. Wir müssen eine weitere Analyse machen, um zu sicherzustellen. Ist es broken? Nein, wir testen haben beide Gerät und Daten, und alles ist nominal. Aber wenn wir versuchen, die Rekordung zu sehen, wir verstehen das. Vielleicht ist es nicht die Rekordung, die ist broken. Es ist die Zeit langweilige Zeitung, in dem wir uns befinden. Nein, das ist die Zeit langweilige Zeitung, in der Zeit langweilige Zeitung. Das ist die Zeitung, in der Zeitung ist die Zeitung. Also, wenn die Zeitung ist die Zeitung, die Zeitung zurückkehren zur Normale. Dann können wir sehen die Prophezei und finden, wo meine Freundin ist. Ja, ich glaube so. Ein Schwund. Artefakt erhalten. Das ist die Zeitung, in der Zeitung. Und wenn die Zeitung, in der Zeitung ist, Suche das Portal. Neue Daten erhalten. Was mir gerade einfällt, so ein kleines Problem, was ich mit der Faktenlage habe. Das Artefakt soll ja Jahrhunderte alt sein, Centuries old, Jahrhunderte alt. Das Problem ist, Kohlenstoffdatierung hat eine stärkere Unschärfe. Die wird in der Vorgeschichte eingesetzt, weil auf paar tausend Jahre hin oder her kommt es da auch nicht mehr an. In der klassischen Archäologie ist Kohlenstoffdatierung zum Beispiel ziemlicher Käse, weil wenn du einen Versatz von tausend Jahre plus oder minus hast, das macht halt einiges aus. Also weiß nicht, sagen wir mal, du analysierst Hitlers fehlenden Hoden und der ist plus minus, also weiß nicht, wird auf 1900, wann ist er geboren? Ne, 1800 irgendwas ist Hitler geboren. Beziehungsweise, ne, das wird da, glaube ich, eher zu seiner Todeszeit datiert. Also sagen wir mal 1945, plus minus tausend Jahre. Das heißt, der existierte zwischen 2945 und 1945 ist halt so ein gewisser Unterschied. Kohlenstoffdatierung hat sich immer richtig geil an, aber man kann damit halt nicht das exakte Jahr festlegen. Die hätten hier einfach irgendwie sagen müssen, jo, die haben es halt irgendwie datiert. Wäre okay gewesen, aber doch nicht fancy Begriffe nutzen, von denen man nicht weiß, was sie tun. Ich denke, ich bin ein bisschen stolz von dir, Sarah. Du kannst nach dem Vergangenen oder dem Future reisen und wenn du etwas findest, kannst du einfach da bleiben. Hm, ich habe nie gedacht, dass das so etwas so gut ist. Ich bin so fokussiert, auf meiner Freundin zu finden. Was? Natürlich bist du. Könnte ich in meine eigene Vergangenheit reisen? Also da, wo Sarah zu Lissi wurde? Ja, bei einem Bürgerkrieg kann halt schon passieren, dass man sich gegenseitig bekämpft. Older folks. Ja, Schatz massiv. Der Ausgräber Cole sammelt gerne alte Elektronikgeräte. Zuteils sucht er fieberhaft nach einer alten Batterie, die vor 10 Jahren hergestellt wurde. Auch wenn diese Batterie eigentlich nicht in dieser Zeit existieren sollte, könnte sie durch den einen Zeitstrudel hierher gelangt sein. In dem Fall könnte Mox sie aufspielen. Hat er eine elektronische Krawatte? Ich kann ja auch mal allein auf die Schnauze hauen. Okay, gehen wir mal weiter. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, da unten. Ja, da unten. La 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 Ja, klar. Finde die verlorene Uhr. Warte mal, sagt da noch irgendwas? Ja. Ich wusste doch, ich habe hier was gesehen. Schutzfetisch. Oh, für alles gibt es einen Fetisch, ne? Hey, sei nicht so hart. Gibt es da hinten irgendwas? Ah, da geht es hoch. Und hier geht es auch hoch. Ah, da geht es wieder zu Schokolina hoch. Und hier geht es nicht runter. Hier geht es runter. Wollen wir mal gucken, ob ich hier oben was abgreifen kann. Müsste ich aber schnell machen. Entschuldigung. Müsste ich aber schnell machen. Denn meine Zeit ist fast schon wieder rum. Was ist das denn? Hier kann ich runterspringen. Okay. Allheilmittel und hier gibt es auch noch was zum abgreifen. Karfunkel. Warte mal, ob man das ist. Karfunkel, den Namen habe ich schon öfter mal gehört. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. War Karfunkel nicht einer aus einem der früheren Final Fantasy Teile? Gab es nicht in 10 einen Karfunkel? Hey, das müssen wir mal gucken. Karfunkel. War Karfunkel nicht dieses weiße Viech, auf dem Kai Ziff geritten ist? Hm. Keine Ahnung. Vidra erlernt. Heilerbonus. Crystarium erweitert. Autofertigkeit. Heilerbonus. Manipulator. ATB-Walken erweitern. Ich will wenigstens bis Engel kommen. Medica Vidra. Stufe 30. Engel. Da unten steht's. Protega. Protega finde ich gut. Protes auf alle. Valgar. Augmenterbonus. Heilerolle? Nö. ATB-Balken. Bei 26 krieg' ich Florgar. Verheerer, Frostschlag, Sturmstoß auf 38. Bei 50 ist ein Todesstoß. Ach, schade. Eins kurz vor Florgar stehen geblieben. Blut. Kann Gegner bluten lassen. Darf ich sie looten, während sie bluten? Kristallium erweitert. Kristallium erweitert. Verstärkt den Rollenbonus des Manipulators. ATB-Balken sind halt schon gut. Eisrar und Eisgar kannst du einen Sturmangriff. Sturmangriff. Errora und Terrorisieren. Feuerschlag, Terrorisieren, Feuerar, Folgar. Schock im Pakt. Kontra-Courage, Seelenstoß und Panzerbrecher. Der hier ist gar nicht mal schlecht. Ich scale den mal durch. Der hat 148 auf 68 und der hat... Komm, ich tausche mal den durch den aus. Datenlog. Oh, hier gibt es einiges. Ne, ich bin über der Zeit. Das heißt, ich speichere schnell, mache mir dann was zu essen und muss auch schon nicht mal mehr in einer halben Stunde zu meinem Seminar. Gut, damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung. BR 2018